Okay, dann haben wir auch bald das Ziel mit dem Abonnenten. Was ist denn das alles für ein Zeug? Das kostet sogar alles was. Welches des Wahnsinns. Ich muss mal ein Kostüm anziehen. Ja, ja, halt die Klappe. Kann ich das auch einfach hier weg machen hier? Dann würde ich das nicht sehen. Ich meine, so eine Hello-V-Dance-Party ist natürlich ganz cool, ne? Könnten wir ja fast eigentlich machen. Habe ich Kostüme? Nein, muss ich kaufen. Sollten wir tun. Ähm, Jerry? Was bist du nicht? Du bist doch Jerry. Ähm. Aber sorry, Jerry. Pfff. Ja, wenn du meinst, ganz ehrlich, dann... Nur weil ich mit dir ins Kino gehe. Alter, ich bin ein berühmter YouTuber. Ähm. Ey, das darf nicht wahr sein. Jetzt ist der PC schon wieder kaputt. Ich werde verrückt. Kann ich hier Kostüme kaufen? Oh Gott, ja, aber die sind schweineteuer. Ja, dann kann ich das nicht machen. Ich muss jetzt echt mir neuen... Es geht nicht. Und ich habe irgendwie Geld verloren. Was ist hier eigentlich los? Was steht da? Ich habe immer noch nicht genug Geld, meine Miete zu zahlen, ne? Oh! Wir haben den 1. Juni. Ich sollte arbeiten gehen. Tschüss. Äh... Oh Gott, das ist viel zu wenig. Autos waschen. Oh Gott, Vermieter, ich gehe schon arbeiten. Ich... Oh Gott. Aber ist die nicht jetzt abgezogen worden? Oder habe ich jetzt einfach noch Schulden? Weil... Ich wundere mich gerade. Ich hatte doch vorher noch mehr Geld. Aber ich gehe jetzt ruhig nochmal arbeiten. Und mal nochmal Schuhe putzen. Ja, jetzt ist unser PC gleich wieder voll... Was ist alles sowas? Was ist das für ein Leben? Ich wollte eigentlich auf eine Kostümparty gehen. Und ich kann mir kein Kostüm leisten. Das ist traurig. Oh. So, und jetzt habe ich gleich keine Kohle mehr, weil mir die Miete allerdings bums. Ja, wenigstens etwas. Fröhlicher Kommentar. Kein urheberrechtliches Zeug hier. Oh. 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 Mit der Beutergehalt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, du gehst jetzt erstmal schlafen, Quentin. Ist alles in Ordnung. Oh. Oh. Ja, ja, schlepp dich mal ins Bett. Ja, hier, komm, schlafen. Oh. Oh. Und dann kannst du was essen. Kannst du einen Salat essen. Ich würde ja dann gerne mal... Ja. Ich kann den Pizzi nicht... Nein, du sollst nicht zocken, weil... Alter, du machst das alles kaputt. Hayley. Ich esse jetzt erstmal einen Salat. Und dann unterhält ich mich hier mit Hayley. Bis der Pizzi vollkommen im Arsch ist. So. Und dann muss ich mal meine Freundin nehmen. Muss ich auch irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob die mich noch kennt. Was ist, wenn ich hier einfach aufrüsten mache? Dann komme ich nur wieder auf die Seite vom... Ja. Es ist einfach zu... Ja, ich kann es nicht ändern. Ich muss ihn reparieren. Ja. Und dann können wir nochmal was essen. Einfach mal ein Brot. Mhm. Mhm. Und dann machen wir nochmal ein bisschen Lernigernen. Wir müssen unbedingt was mit unserem Pizzi machen. Der ist viel zu oft jetzt kaputt. Was ist mit dem Spielen? Das ist bestimmt jetzt auch wieder voll runter gegangen. Und wie sieht es hier aus? Ja, das läuft doch schon wieder. Ich will ein bisschen schon wieder was Neues anfangen. Vielleicht sollten wir mal unsere Freundin hier einladen. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Wahrscheinlich dann lieber die Freunde, ne? So. Du kaufst jetzt mal was zu essen. Und dann machen wir hier nochmal... Kümmern uns mal nochmal um das Zeug. Ich finde das komisch, dass beim Kaffee nicht die Müdigkeit da gesicke. Also dann... Ja, super gute Food. Hamburger. Oh, voll teuer. Ist wahrscheinlich füllt dich auch voll. Gut, der Kaffee kostet halt auch wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich die Limonade. Wir kaufen mal eine Limonade dazu. Vielleicht hilft das auch für die Müdigkeit. So. Okay. Mhm. Das freut mich sehr. Muss ich jetzt noch warten oder ist das jetzt schon gleich in meinem Kühlschrank? Wahrscheinlich ist das schon direkt in meinem Kühlschrank. Ich hoffe mal. Scheint so. Jetzt trinkt man die Limonade. Hm. 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 Komisch eigentlich, oder? Und leg dich nochmal eine Runde hin. Und dann werden wir mal unsere Freundin einladen. Einladen. Wir werden uns dort treffen. Ja, also hier hoffe ich. Und dann will ich mit dir ein duales Video aufnehmen. Äh, nein. Gut. Wir können ja ein bisschen quatschen, aber ich müsste dann mit dir was aufnehmen. Nein, ich möchte nicht zur Party kommen, aber ich möchte einfach, dass du mit dir mit mir hier redest und so und was aufnimmst. Blablabla. 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 Und dann reden wir nochmal. Oh Gott, die ist nicht so verliebt und süß. Wo geht die hin? Was ist hier los? Was willst du? Was machst du? Blablabla. 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 Wir können auch ein bisschen flirten, auch mal. Funktioniert auch gut. Blablabla. Ah, ich bräuchte ein neues Spiel, um was einkaufen, ne? Das andere geht ja runter. Ich hoffe, sie bleibt so lange hier. Ich hoffe, die verschwindet jetzt nicht einfach. Dann muss ich sie gleich nochmal anrufen und einladen. Was könnte man denn zusammen... Das geht hoch, das geht hoch. The Walking Pad. The Walking Pad finde ich echt cool. Das nimmt er jetzt und kauft das und... Was? Ach so, danke. Ich dachte schon, ich habe jetzt kein Geld. Ich habe nochmal oben hochgeguckt. Was? Nein, nicht gehen. Was? Was machst du an meinem PC? Wir machen gleich zusammen was. Der muss schon wieder repariert werden. Ich werde verrückt. Da, da ist mein Zeug ist jetzt da. Wir müssen nochmal ein bisschen reden. Du musst noch da bleiben. Wir müssen gleich was aufnehmen. Ich habe keine Kohle. Ich werde verrückt. Ich werde... Das ist alles so schrecklich. Ich brauche unbedingt einen neuen PC. Wir müssen jetzt ganz dringend Geld verdienen. Das ist das Allerwichtigste. So, jetzt flirten wir nochmal mit ihr. Und dann nehmen wir jetzt ein Gemeinschaftsprojekt auf. Mal gucken, ob sie das auch so witzig findet. The Walking Pad. 77 nur noch hoch. Aha. Das ist aber auch nicht mehr... Genau, dual ist ja schon. Sehr schön. Gut. Das lassen wir. Mikrofon. Ja, das machen wir auch ganz normal, ne? Stereo-Ausgabe jetzt 3. Ah, wahrscheinlich, ja klar, wegen ihr. Ja, dann ist das doch in Ordnung. Ist alles... Ja, in Ordnung. Dual mit Paris 1. Kann ich hier auch Sonderzeichen machen? Walking Love. Ich habe nur einen Stuhl. Aber das... Ach Gottchen! Oh, ist das süß! Okay. Du startest die Aufnahmen. Ich dachte schon, was denn jetzt... Oh, ist das... Oh Gott, ist das süß! Und wir haben so eine tolle Dingsbums. Eine winkende Begrüßung. Das ist süß. Zusammenfassung des Spiels. Sinnloser Kommentar. Passt sogar, ich bin überrascht. Das Spiel hängt sich auf... Warum ist das alles so markiert? Feierlicher Schrei. Das war mir klar, dass das nicht passt, aber es ist in Ordnung. Ausschnitt. Hau die Punkte mal raus. Philosophischer Kommentar. Passt sogar. Was ist das eigentlich für ein Spiel? Ich habe da noch gar nicht drauf geachtet. Du hast ein Kapitel beendet. Professioneller Kommentar. Und jetzt habe ich... Ha! Nehme ich nicht. Winkende Verabschiedung. Und mein PC ist schon wieder kaputt. Das kann nicht wahr sein. Nach jeder Aufnahme jetzt. Das ist nicht normal. Und, hat dir das gefallen, Paris? Oh süß, mit dem kleinen Stuhl da drunter. Den habe ich noch nie gesehen. Da komme ich nämlich die winkende Verabschiedung hier hinten hin. Ach ne, dann ist das aber... Erzähl es trotzdem mal als falsch. Okay. Ja, so zumindest. Super Party wird bald erscheinen. Also ich muss jetzt dir erstmal auch Wiedersehen sagen. Aber... Ja, okay. Ich kann auch nichts anderes machen. Alles klar. Ich kann jetzt gerade nicht mein Video noch nicht mal bearbeiten. Ich werde verrückt. Also ich muss jetzt arbeiten. Ich muss jetzt so viel arbeiten, dass ich mir einen neuen PC kaufe. Anders... geht's nicht. Eventbegleiter. Acht Stunden. Scheiß drauf. Das darf nicht wahr sein. Ja, ich kann nicht aufnehmen, weil ich einfach... Das darf echt nicht wahr sein. Wie soll ich denn jetzt 300 Mäuse verdienen? Wann verdien... Wann kriege ich denn mein neues YouTube-Money eigentlich wieder? So, wir müssen jetzt erstmal schlafen. Ich glaube, ich muss... Ah, die Klappe... Mein PC ist kaputt! Ja. Da geht nichts! Ich muss ihn doch erst reparieren lassen. Es hat... Es hat keinen Sinn. Es geht einfach nicht. Ach, das kostet halt auch immer Schweine viel Geld. 20 Dings oder so. Halt, ich muss mal was essen. Ich muss es jetzt aber erst bearbeiten. Mich das nervt. Und dann muss ich... Ach Gott, 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 Gott. Essen Hotdog. Also für das ganze Repariergeld da. So, wenn du fertig bist... Ich will mal gucken, bitte jetzt Info. Jetzt auf 100. Es kann doch nicht sein, dass der so schnell runter geht. So, jetzt kann ich das Video auch erstellen. Quentin. Kannst du es mal weiter bearbeiten jetzt. Machst du das, bitte? Ach, so muss ich hier Play drücken wahrscheinlich. Okay, jetzt nochmal. Halt, das nehmen wir. Und dann nehmen wir noch das. Das ist schon in Ordnung. Und dann nehmen wir das noch rein. Passt ja. Rendern. Okay. Und während der Zeit muss ich jetzt irgendwie arbeiten gehen oder so. Die ganze Zeit. Ich muss jetzt nur noch arbeiten gehen. Das ist das Wichtigste überhaupt. So. Zeig mal die Tür. Aber das war schon süß mit dem... Der Aufnahme gerade mit den beiden. Ja, und jetzt nur so wenige... So wenig Geld, ey. Die Abonnenten sind auch unzufrieden. Wunderbar. Klasse. Läuft alles. Wunderbar. Richtig, 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 richtig gut läuft das alles. Mit meinem Weg nach ganz oben. Ich bin noch weit entfernt von 390 Mäusen. Es ist mir vollkommen egal, was du machst. Hauptsache, du machst mein scheiß PC nicht kaputt. Warum soll ich jetzt nur noch diese ganzen kleinen Aufgaben hier machen? Warum machst du es denn jetzt nicht? Was ist mit den Kommentaren? Mercedes sagt, das ist so cool. Das ist eine andere Mercedes auf jeden Fall. Es gibt neue Frisuren anscheinend. Ja, ach komm. Ganz ehrlich, dazu sag ich gar nichts. Beeindruckend. Dieses Walking Pad Video ist wirklich interessant. The Walking Pad ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Das ist echt angesagt zur Zeit. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Es wird voll abgehen jetzt. Okay, da wurde irgendwas veröffentlicht. Ich müsste sie auch mal wieder einladen. Aber eigentlich muss ich nur arbeiten. Arbeiten, 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 arbeiten. Warum konnte ich das andere jetzt eigentlich gerade nicht anwählen? Auch schon wieder ein bisschen komisch. Besser zusammen. Ah, das ist jetzt auch. Cool. Man könnte es auch online auch machen. Zusammenspielen. Wie soll ich das jemand schaffen? Ich muss jetzt... Ich muss... Ich muss sie... Einladen. Wir müssen was Neues aufnehmen. Ich kann noch nicht dreier... Aber dann ist der PC schon wieder kaputt. Was macht die Info? Na, geht noch. Ess mal was. Mhm. Sandwich. Mhm. Leben. Tschüss, habe ein gutes Leben. Nee, ich kann jetzt leider nicht, Hayley. Ich muss jetzt meine Freundin einladen und wir müssen ein neues Dual-Video aufnehmen. Okay, Jerry sollte ich aber nicht als Freund verlieren, weil der ist echt cool. Da, Paris. Einladen. Okay, sie kommt. Gut, 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 gut. Dann können wir noch mal einen Schluck trinken. Vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut. Wir reden noch mal kurz, aber dann müssen wir eigentlich... Oh! Nein! Ich geh jetzt raus! Meine Freundin ist hier und die will ich knutschen. Geh jetzt! Ich will meine Freundin knutschen. Ich kann aber nicht mit der irgendwie irgendwas... Nein. Okay. Ist in Ordnung. Ich habe nichts gesagt. Sie will nicht! Scheiner, ich weiß nicht wer du bist. Sie will nicht! Warum will sie nicht? Umarmen Sie mal. Halt, nein, jetzt geh nicht! Wir machen das zusammen am PC. Ich umarme dich jetzt. Okay. Du musst mich nicht küssen. Ich weiß nicht, warum du mich nicht magst. Ich werde mich wieder umziehen. Ich hasse mein Leben. Ich hasse alles. Oh, es geht auf 100 hoch. Gott sei Dank. Komm, wir nehmen was auf. Zusammen. Das machst du ja wenigstens mit mir. Mh. Ich weiß nicht. Ich bin so... Ich bin so... Depressive Haustier. Mh. Mh. Das ist so süß, die beiden. Du startest die Aufnahme. Winkende Begrüßung machen wir dir. Ich habe YouTube-Money bekommen. Dankeschön. Boah, wir sind nicht mehr von 300 zu lange entfernt. Ladebüschel mit Hinweis. Er ist schon wieder kaputt, ich wusste das. Das ist zu viel mit den beiden. Lustiger Kommentar. Ist falsch. Egal. Das Spiel hängt sich auf. Mörderischer Blick. Ausschnitt. Philosophischer Kommentar. Hauptsache, Punkte mal wieder verballern. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Sing in der Kommentar. Schaltest die Kamera aus. Winkende Verabschiedung. Gott sei Dank haben wir diese blöde winkende Verabschiedung. So, weiter. Ja, gut, dann kann ich wieder nicht bearbeiten, weil er jetzt wieder vollkommen im Arsch ist. Das ist schön. Aber dann, was ist gerade mit mir passiert? Ich bin ein Level aufgestiegen. Ich dachte gerade, was geht denn jetzt ab? Ich habe einen neuen Talentpunkt, den ich einsetzen kann. Befordere ein guter Walkthrough. Ah, okay. Da brauche ich aber dann zwei Punkte. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Ja, aber gut. Das ist doch gut. Das passt doch perfekt. Wir haben ja gerade das Duale. So, jetzt auf Wiedersehen. Mein Dings ist irgendwie gerade, das sieht alles hier so komisch aus. Vielleicht sollte wirklich mal der Typ vorbeikommen. Wir müssen arbeiten gehen. Wir müssen arbeiten gehen. Vielleicht kann ich deswegen das dann nicht machen, weil das siehst du jetzt ist nämlich... Ne, heute ist es nachts. Ja, das meiste. Interner Spielerentwickler, zwölf Stunden. Viel Spaß, Quentin. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt 200 Dollar verdienen. Wunderbar. Ja, kannst nichts machen, der ist kaputt. Aber versuch's ruhig. Deine Moncombe Tür ist irgendwie zu langsam. Ja, genau. Vielleicht sollte ich mal deinen benutzen. Weil meiner geht nämlich gar nicht. Oh, Jerry. Ja, mach ich. Nicht, dass der mich dann auch verliert. Also, ich ihn verliere. Ein Dual-Video. Ja, kann ich machen. Kann ich ja mit dir zusammen machen. Akzeptieren. Okay, kannst du machen. Aber ich muss erstmal mit meinem PC jetzt hier hin. Wir kommen. Bis zum 23. Das ist auch schon bald. Aber ich will ja nichts sagen. Muss ich jetzt also doch vorher mein PC nochmal reparieren oder wie oder was. Ich glaub schon. Scheiße, Leute. Schaff ich sonst nicht. Ich kann den doch nicht ständig reparieren lassen. Das geht doch. Das geht doch einfach nicht. Das geht doch einfach nicht. Naja, dann werde ich das andere jetzt bearbeiten. Aber dann kann ich ja eh nicht gleich wieder was hochladen. Und machen. Und tun. Und so. Und dann komm, trink doch mal ein Wasser. Und jetzt kannst du das hier machen. Ja, ja, du verlierst Abonnenten. Ich verliere auch mein PC, wenn es so weitergeht. Und die Geduld auch langsam. So. Das passt hier alles schon wieder gar nicht. Dann machen wir es lieber so. Dam, dam, dam. So. Rendern. Dam, dam, dam. Neuer Rekord bei der Nachbearbeitung. Wunderbar. So. Und jetzt arbeiten. Halt, ich hab eine neue Karte. Will die es eigentlich wissen? Nyan Cat. Gut, das ist aber so eine normale. Da gibt es ja hoffentlich dann mehr zur Auswahl. Ich hab da keine Lust drauf. Ich brauche Geld. Interne Spielentwickler. Zwölf Stunden. Viel Spaß, Quentin. Oh Gott. Ja, und dann müssen wir das dringend aufnehmen. Bis dahin ist dann das ja auch alles hier. Das ist mir alles vollkommen egal. Ich hab dafür... Ich hab da... Das geht nicht. Das geht einfach nicht. So, das ist dann auch hochgeladen. Das ist ja alles schön. Ich hab den ganzen Tag damit verbracht. Videos hochzuladen? Willst du mich verarschen? Ich hab den ganzen Tag damit verbracht, Spiele zu entwickeln. Ja, keine Ahnung, wer das ist. Paris. The Walking Pit. Dual-Videos erzeugen jetzt ein großes Interesse. Ja, von uns ganz besonders. Ich weiß. So, wir müssen erst mal schlafen, bevor wir das alles aufnehmen können. Ich brauch noch 100 Dollar. Ist alles gar nicht mehr so schrecklich. Aber die Miete ist auch bald fällig. Also, naja. Gut. Jetzt sollten wir unbedingt das Video für ihn aufnehmen, damit das durch ist. Weil da krieg ich ja auch Kohle. Warte kurz. Wie viel Kohle krieg ich da eigentlich? Vielleicht soll ich das öfter annehmen. Boah, richtig viel. Halt, Dual-Video. Ich muss ihn einladen. Ich komme. Sehr gut. Dann machen wir das zusammen. Easy going. Ich kann noch mal schnell was essen vielleicht. Gut. Oder was trinken. Weil, das ist doch alles super. Dann kann ich mir mein PC kaufen. Aber ich habe diese Projekte da für die anderen Leute. Das sollte man echt öfter machen. Oh Gott. Schau mal, ihr seid gleich Freunde. Wenn ich das der Tag noch mal rede. Ich will, dass ihr jetzt Freunde seid. Und? Hopp. Läuft. Läuft. Super, Jerry. Dann ein Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Und zwar fix, 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 fix. Also, das war das, was du mir gegeben hast. Das ist übrigens nicht so gut. Das hier läuft. Das geht schon wieder runter. Aber egal. Machen wir. Wolltest du haben? Konsole kaufen? Ich muss dafür eine Konsole kaufen? Nein! Was für eine muss ich dafür kaufen? Hä? Was für eine Konsole muss ich dafür kaufen? Was ist das? Honey, Play Studios 2. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich will es mich jetzt verarschen. Da, Play Studios 2. What the fuck? Ich habe doch keinen... Ich muss mir doch einen PC kaufen. Ich muss mich jetzt verarschen. Anscheinend schon. Play Studios 2. Das kostet voll viel! Und mein PC ist schon wieder kaputt. Ja, nee. Sorry, Jerry. Dann wird das nicht funktionieren. Aber wir können ja nochmal kurz reden. Und vielleicht verstehst du es dann ja.